Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut, wir haben uns ja längere Zeit nicht gehört und ich wollte euch deswegen einfach Bescheid sagen, dass wir mal wieder streamen und zwar auch schon morgen, das ist dann der 21. November, so ab 19 Uhr auf Twitch wie immer Perso ist wieder mit am Start, denn wir schauen mal wieder in Inscription rein da haben wir eigentlich immer noch total Bock drauf wir hoffen ihr auch, weil wir hätten, also wir würden uns halt sehr freuen, wenn wir das mal schaffen würden also wir hatten eigentlich ja einen ganz guten Run jetzt gemeinsam begonnen aber es war so spät geworden, deswegen hatten wir den ja erstmal unterbrochen wir hoffen, dass wir den jetzt zu Ende bekommen und dann vielleicht mal den Boss besiegen das wäre total cool ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mit am Start seid dann morgen Abend habe ich das schon gesagt, so circa zwei Stunden würden wir streamen und genau, in der Hoffnung, dass wir es schaffen diesmal okay, also wir freuen uns schon sehr darauf und dann sehen wir uns vielleicht morgen beziehungsweise hören, aber wir sehen uns auch, also im Spiel zumindest na gut, also ciao, ciao